Die Nässe Kasko der GVF. So funktioniert's. Das ist Herr Lange. Er ist Geschäftsführer eines Agrarunternehmens. Sein Betrieb baut Getreide an. Seine angebauten Feldfrüchte sind Nässeempfindlich, fällt in einem Jahr mehr Niederschlag als üblich, entstehen Ertragsverluste oder Qualitätseinbußen. Die Nässe Kasko der GVF löst sein Problem. Sie springt ein, wenn durch zu viel Niederschlag seine Ernteerträge sinken. Die Nässe Kasko der GVF ersetzt Herrn Lange die Ertragsverluste, die durch zu viel Niederschlag entstanden sind, schnell und dank Indexautomatisch sowie ohne Vorortbesichtigung. Herr Lange ist begeistert. Dank der Nässe Kasko der GVF braucht er sich keine Sorgen mehr wegen zu viel Niederschlag machen. Sein Unternehmen ist vor Verlusten geschützt und er hat keinen finanziellen Stress. Fordern Sie jetzt Ihr Angebot an und sichern Sie Ihre Ernteerträge ab. Die Nässe Kasko der GVF Die Nässe Kasko der GVF wurde in Erste Kasko der GVF Vielen Dank.